Das fand ich jetzt mal cool. Was ihr uns gesehen habt? Ja, Blinker rechts gesetzt. Das ist nämlich gerade an der Stelle echt schwierig, wenn man nicht weiß, ob der dich gesehen hat oder nicht. Ich versuche mir jetzt mal diese Welle hier am Kurveneingang um. Da musst du zu früh rein, oder? Ja, da musst du zu früh rein, genau. Du verlierst ja den Gewinn der Kurve. Fühlt sich beim Reinfahren zwar besser an, dann. Aber beim Ausfahren verlierst du dann. Ja, genau. Das ist wirklich unglaublich viel Reinf. Ich glaube aber, dass das die Probleme immer zum Schwedenkreuz verlagert. Weil du jetzt auf einmal hier ran viel schneller bist. Ja, genau. Wir haben mein Kombi-Handlung immer gesagt, wenn du es noch schaffst, auf die linke Seite zu fahren, zum Anbremsen, dann warst du dir schnell genug. Hast du ihn etwas weicher eingestellt? Ja. 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 25 reich? Reicht, doch. Das ist ein bisschen dicker. Jetzt sind wir alle eingebremst. Strecken sich von den Motorrädern? Mhm. Gab es die schon immer? Ja. Okay. Habe ich noch nie gesagt. Ich könnte wecken, die Leitungen sind breit schnell raus. Ich habe ja mitgekriegt, dass du tappen musst. Genau. Da vorne ist ein Leon Supercopper Auto. Ein altes. Der hatte ich hinter mir, als ich hochgekommen bin. Das war dann jetzt. Genau. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mag die Mopeds nicht auf der Strecke. Ich auch nicht wirklich. Ich kann die immer so schlecht einschätzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob weicher als beim letzten Mal, als du mitgefahren bist. Das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Aber weicher als im letzten Jahr. Vielleicht bin ich auch nur schwer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir noch weitere Probleme. Ja.